Das ist der Kaledus CP3200 Laserscanner. Die Anwendungsmöglichkeiten des Kaledus sind vielfältig. Hier nur einige der wichtigsten Beispiele. Vollständige dreidimensionale Fassadenaufmasse, Darstellung von Gebäuden, Denkmälern, Objekten, Industrieanlagen und Innenräumen. Mit dem Kaledus können Sie außer Grundflächen auch Grundrisse und Rauminhalte berechnen und fotorealistisch darstellen. Sogar eine Bestandserfassung, wie sie zur Schadensdokumentation erforderlich ist, erstellen Sie in bisher nicht bekannter Vollständigkeit. Millimetergenau, Wirtschaftlich schnell, Komplett und unkompliziert. Der Zeitgewinn gegenüber herkömmlichen Messmethoden ist enorm. Sie können mit dem Kaledus selbst so große Objekte wie die Frankfurter Festhalle an einem Arbeitstag scannen. Die Daten werden vollständig erfasst, sodass Sie kein zweites Mal vor Ort messen müssen. Der Kaledus ist mit weniger als 18 Kilogramm Gewicht und dem noch leichteren Computerkoffer problemlos in der Handhabung und sehr einfach zu bedienen. Das Messinstrument arbeitet überall und in jeder Lage, sogar über Kopf. Besonders wichtig, der Kaledus braucht keinen Mindestabstand. Wo er hineinpasst, das kennt er auch. Dadurch realisiert der Kaledus-Scanner Aufträge, die Sie bisher nur unter großen Schwierigkeiten erfüllen oder gar nicht erst annehmen konnten. Jede Fläche wird dokumentiert und auch für Laien verständlich dargestellt. Sie erhalten von einem Kaledus-Scanner nicht nur Messwerte, sondern vollständige Bilder in Echtfarben mit Kompasszuordnung und Höhenschichten. Dadurch entdecken Sie zum Beispiel minimale Absenkungen, die in großen Gebäuden mit bloßem Auge oft nicht erkennbar sind. Außer den grafischen Darstellungen haben Sie natürlich Zugriff auf alle Werte in Datenform. Neben dem kompletten 3D-Aufmaß, das für alle Gewerke nutzbar ist, können über die Flächenliste des Kaledus ganze Räume mit ihren Attributen exportiert und in Facility-Management-Systeme übertragen werden. Die Datenmenge für einen Scan ist kleiner als Sie denken. Die 800.000 Messpunkte eines Vollscans werden im Kaledus als Datei mit lediglich 2 MB abgespeichert. Das ist eine Dateigröße, die Sie problemlos auf Ihrem PC oder sogar Ihrem Laptop auswerten können. Schon Minuten nach dem Scan sind mit der Bearbeitungssoftware erste Berechnungen möglich, zum Beispiel die Volumenbestimmung. Das mühsame Auslitern gehört damit endgültig der Vergangenheit an. Die Kapazität des Steuerungsrechners ist mit ca. 700 Scans großzügig bemessen. So können Sie auch längere Einsätze mit dem Kaledus Laserscanner ohne Datentransfer abwickeln. Der staub- und wassergeschützte Messkopf des Kaledus CP3200 ist weltweit einzigartig, denn er kann unter extremen Bedingungen eingesetzt werden. In der Glut der Wüste bei 45 Grad plus oder, dank der internen Heizung, im Parkeis bei 25 Grad minus. Der Kaledus arbeitet auch im Dunkeln fehlerfrei und vollautomatisch. Während der 9 Minuten eines 360-Grad-Scans schießt die Kamera selbsttätig 44 Farbbilder. Die Vielseitigkeit des Kaledus CP3200 ermöglicht einige überraschende Anwendungen. Die sicherlich spektakulärste hat sich im Filmgeschäft ergeben. Der Scanner erweist sich als perfekter Partner, um Zeit, Bühnenbauten, Logistik und Personalkosten zu sparen. Die Matrix-Trilogie, Ghost Rider, Die Maske und Happy Feet sind nur einige Filmproduktionen, die dank des Kaledus ihre Setkosten um bis zu 30% senken konnten. Für Matrix zum Beispiel wurden Originalgebäude gescannt und die Action-Szenen dann im sicheren Studio im Blue-Screen-Verfahren gedreht. Die volle Beweglichkeit der gescannten Kulissen hatte entscheidenden Einfluss auf die Ästhetik dieses Films, denn erst dadurch wurden die atemberaubenden virtuellen Kamerafahrten möglich. Auch im Erstellen von Navigationssystemen mit 3D-Bildern ist die Kaledus-Technologie auf dem Vormarsch. Ganze Straßenzüge werden erfasst und in die Karte integriert. Virtuelle Stadtrundgänge zwischen fotorealistischen Fassaden werden bald Standard sein. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018